wir sind hier wieder bei der wundervollen familie und wir haben ja schönes ein wunderbares update bekommen und wir werden den tag den tag heute das war schnell auf die wundplotzen damit ich rechtliche aufnahme beenden kann dass keine mehr stündige aufzeichnung wird dass wir nicht durchgehend zu gucken ist auch glaube ich auch nicht so spannend dann okay okay läuft läuft habe ich gesagt okay funktioniert nicht so wie es soll drüber mal die playtaste und dann gucken wir mal was passiert und ja das neue update wir werden auf den kleinen bänden wechseln und wir werden seinen tag genießen dürfen also euch viel spaß da muss erst mal aufwachen aber schauen wir mal was passiert kann durch die geschlossene augen gucken das ist gruselig schlafen wir mal schlafen aber schlafen wir mal schlafen an Oh, die schwebt so ein bisschen wendet haben wir schon wir können uns noch einmal hier 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 stinken. Ah genau, machen wir mal das dann. Boah, eine neue. Gut, wenn wir die richtigen Stimmen da hätten. Das wäre gar nicht schlecht. Wieso wüsste man so eine Aufzeichnung mit mehreren machen. Die jetzt entsprechen halt die entsprechenden Figuren. Ich bin mit Sicherheit nicht in der Lage einen Todler zu sprechen. Todler, aber wie spricht man das aus? Na ja, Kleinkind. Ich merke, dass er stinkt. Ich weiß nicht, was alles um so ein Kleinkind passiert. Ne, wenn er schläft. Wenn er schläft. Oh, was ist los? Was passiert? Was passiert da? Mhm. So. Ist ein Fernseher leiser machen. Fernsprogramm mithören müsst ihr ja nicht. So. Horus wohl leider dem beiläuft. Aber das ist nicht so spannend, dass ich jetzt aktiv zu gucken möchte. Entschuldigung. Es ist wieder spät die Aufnahme. Ja. Aber wir schlafen ja gerade. Stimmt ja. Soll mich vielleicht dran halten. Lobe. Gobe. Schlaf. Schn. Hinn. Mit dieser Schlafphase sollten sie hier so Traumbilder einblenden, sodass man eben halt nicht so durch die Gegend gucken kann. Und auch mega zu, eigentlich. Oh, stinken. Das ist ja Bämisch, die stinken mehr. Ich kann nicht mehr, gibt es eine Hotkey-Ferrie-Beschleunigung eigentlich? Bestimmt, ne? Die weiß ich jetzt aber gerade nicht. Aber bewegt sich ganz schön damit, ne? Hin und her, hin und her. Oh, was ist das denn? Äh, diese, naja. Und dieselbe Alter. In letzter Zeit klingen alle Geschichten von Sandra irgendwie gleich. Es heißt, Abwechslung sei die Würze des Lebens. Also vielleicht sollte sie ein wenig davon, äh, einstreuen. Soll sie versuchen, in ein neues Genre vorzudringen? Oder einfach weiterhin dasselbe machen. Und das ausprobieren natürlich, kann ich schauen. Also sie ist schon auf der Arbeit, deswegen, ah, okay. Da muss jemand zur Schule. Das heißt, unser Windelwechselauftrag ist, äh, gecancelt, ne? Weil sie ja gar nicht da ist. So ein Ärger. Der Betreuer müsste aber da sein. Der große Bruder müsste eigentlich zur Schule gehen. Der Timo. Ne? Ich glaube, der geht jetzt auch. Die Tür ist gerade aufgegangen. Obwohl jetzt gerade, er ist ausgeschlafen. Na, ich übe, gleich, ja. Halt gerade das zu. Ähm. Wir sind heute Ben. Wir sind heute nicht Timo. Timos Tag, äh, werden wir in der nächsten Folge vornehmen. Was ist der Fernseher? Wir schlafen immer noch. Wir laufen jetzt schon geschlagene 5 Minuten in diesem Spiel. Wir können noch mal unseren Kopfhörner ein bisschen herbewegen haben. Gucken, ist da was los? Ne. Du hast nichts. Was ist da? Was ist da? Hier, hier, was? Ich habe kein Papier, kann doch nicht teleportieren. Ach so. Ah, dann teleportiert, ähm, meine Kamera hier hin. Ja, was ist kaputt? Ach, schau, scheiße. Oh, und. Kann erst reparieren. Aber er sollte eigentlich zur Schule gehen, ne? So. Alles klar. Wir wechseln wieder zurück, wo wir eigentlich herkommen. So. Lass in sein Zimmer. Ja. Äh, wir füllen wieder weg. So. Dann wird er natürlich. So. So. Dann wird er natürlich eingesperrt. Oh, ein schönes Wetter. Oh, ein schöner blauer Himmel. Herrliches Wetter. Ah, das, ne, er ist das wieder. Okay, so sehr einverstanden. Okay. 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 So, besser schon? Ne, wir qualmen immer noch. Immer ganz so streng, aber wir qualmen noch. Wo soll man so vorne hin? Ich habe immer nicht so einen Plan, wo vorne hinten ist. Also hier, jetzt da. Ah ja, ja, so. Oh, läuft denn weg? Nur kurz reden, natürlich. Eine Auswahl. Hilfe. So. Und Bad mit. So. Schönes Bad nehmen. So. Ne. Ne. Endlich kriegen wir ein Bad. As-San. As-San. Notiz des Rivalen. Als Timo die Toilette verlässt, bemerkt er, dass sein größter Rivalen, sein Schulheft, auf dem Waschbecken vergessen hat. Darin stehen Hausaufgaben, Notizen und viele andere wichtige Informationen. Soll Timo es dem Eigentümer zurückgeben oder in den Willen werfen? Ähm. Wir gehen jetzt zurück. Auf und nach. Auf und nach. Oh, mein Gott. Ah, schön. Nein, es gibt... Oh, ich bin in der Toilette plötzlich gerade gebadet. Wir brauchen das wieder, dreh ich. Schön, ich kann mich ins Gesicht spritzen. Oh, so heißt der Tag noch. Was hat er vor? Oh, ich habe nicht gesehen. Jäbis, Mifloi, Vajelja, Elvris, Imbarra, Hinaa, Drovoi, Noengel, Yala, Mishi, Ova, Steve, Steve, Murbana, Goush, Sloanza, Tananiwa, Lamejo, Kabah, Mibasa, Zatorg, Hish, Hish, Frongnebubs, Gradovstanzo, Ljerva. Und wir spielen jetzt, wie das so in einer Ego-Perspektive aussieht. Und wir spielen jetzt, wie das so in einer Ego-Perspektive aussieht. Und wir spielen jetzt jetzt eine Ego-Perspektive und Zatorgabe. Es ist so, wie ich jetzt, wie das so in einer Ego-Perspektive aussieht. das hat sich schon genommen oder ist da aber ich habe keine lust anstrengend hoch ist ja schon wieder wie ich wieder getragen wie schön ich glaube es ist auch viel zu anstrengend jetzt gibt es zu essen ja jetzt gibt es zu essen ja das klappt das ist gut da ist der kässe wir kommen ja nicht an wir kriegen nur die blöden erbsten ja macht noch das richtige damit da hatte ich das leckere essen und auch sie diesen blöden scheiß essen naja sehr gut so ja taurig weil er da ist taurig weil er zu heiß ist so Auschwinn-Picoya Elfris-Yambara Inna? Harnin-Zam Eh? Gradubstanzo, Leerb Hei-Mu-Fucklor Ah, das war eine Session Oh, uh-huh Oh, Sarkini Oh, traurig Ja Wir müssen mal Können wir uns mal ein bisschen selber einklicken? Ah, ja Wie soll ich sein? Nein Mehr Auswahl Beinen will wir belassen, so Okay Wir sind müde Und es passt ja auch genau Die Folge ist in der richtigen Länge Es ist natürlich sehr viel geschlafen dabei Es ist nun mal so bei so einem Kleinkind Na gut Dann wünsche ich euch allen gute Nacht Und wir gehen jetzt schlafen Gute Nacht Bis bald Bis bald So Bis bald Bis bald Bis bald Bis bald Bis bald Bis bald